Moin! Moin Jungs! Grüß euch Freunde! Zweites Video! Was machen wir heute? Heute jetzt für mein Moped Motor raus Wegen Motorregeneration Weil es den komplett friert ist Hinterrad raus Weil Auf den Reifen Und Lenker wechseln Lenker wechseln Weil sieht Scheißersatz aus Ja, das ist der große Plan für das Video heute Mögen wir mal Ja Fangen wir mal an Wer ist denn auch weiter? Ja So, was machen wir jetzt? Wir holen jetzt einen Lenker runter erstmal Nimm doch einfach eine Ratze, Digga Platz 2, Mann Geht's denn nicht verpüxen? Alter, das wird richtig warm hier an meinen Eiern Digga, das ist geil Geht's denn? Ja Das riecht ja auch immer wohl so Den Lenker ist vielleicht ein bisschen einfacher gewesen Michi! Ich glaub die Schraube ist ein bisschen rund Ah, du stehst dich doch 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 Das ist Rolf Boah Geht's ab, ne? Nein Weiß ich nicht Weiß ich nicht Weiß ich nicht Weiß ich nicht Lass mich mal ziehen Zack im Bauch Der Beuch ist nicht richtig Alter, hat noch ein bisschen Du musst ihn aushängen Scheiße 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 Warte mal Oder? Jetzt Warte ich mach schon Weil du nicht am Heizkopf bist So, jetzt zieh auf den Dreck Wie funktioniert denn der Mechanismus? Wie geht's denn? Kann ich noch vor? Wie geht's denn? Wollen wir denn jetzt die neue ersten drauf machen oder? Na? Hast du so eine neue Lenkerklemmen? Ne Schade Was los? Ich hab auch anders Kupplung Um die Lenkerklemmen wieder Wär's nicht erstmal schlau die ganzen Dinger dran zu machen? Ne Ne Das ist doch schlau wenn Ich weiß nicht ob wir ein Kabel haben die dann noch so drüber zu ziehen Hä? Der hängt doch einfach bei den Zug aus Hm Obwohl höchstens den hier Aber irgendwas Sehen überhaupt Und blau der haben jetzt so höchst Digger Digger Mies hässlich Mich hat er das grün nicht Mal nicht zufass, jetzt reißt das Ding raus Mit der kleinen Aktie passiert dann ja nicht So Ey der hält Das war jetzt dein Testabell Hä? Das war jetzt dein Testabell Hä? Das war jetzt dein Testabell Ja ja Das reicht aus Der macht nicht jahren Oh Das hast du keinen Lenkanschlägel Warum hast du keine Lenkanschlägel? Das ist ein Kegelrundlager Was ist das? Ja? Was ist das? Ich brauche schon mal den Motorrad Okay Ich brauche schon mal den Motorrad Okay Okay Ich brauche schon mal den Motorrad Ja Ja Ben Digger Soll ich ihn nicht geben oder was? Wo ist der denn? In der Zeugskiste Ach Ach In der Zeugskitze Ach In der Zeugskitze Kitze Kitze Ich weiß Ich weiß Dann machen wir schon mal die Muffe ab Ja Dann machen wir schon mal die Muffe ab Ey Bleiben Bleiben Leiden Dann hat man die Foto Satt Wie viel wollen wir denn mit auf den? Ja Michi Wie hast du die Muffe drauf gekriegt? Ja Die muss denn nicht so viel Die bewegt sich ja gar nicht Wer hat die drauf gemacht? Die Muffe machen wir jetzt noch nicht ab Kusslungsbeutenzug Das ist auch gut Machen wir jetzt noch Kusslungsbeutenzug Das ist auch gut Machen wir jetzt noch Gucken wir mal Gucken wir mal Habt ihr ein Fünfer-Inbus? Oder ist auch noch ein Steg? Das ist ein lustiger Wunser Das ist ein lustiger Wunser Ja Was hast du denn da hinten halten? Oder ist der Muffe? Wie lange? Ja Ja Michi Was hast du hier für lange Schrauben drin? So Der Lenderer Seite Ich bin auch nicht Weißes Michi ich weiß warum deine Warum dein Motor klappert Warum? Deine Kumpelplatte ist locker Ja Dann verfüllen wir hier rein Deswegen springt er auch so schlecht an Sieht man das? Hab ich doch gesagt jetzt Warte mal Ich finde das ist besser Füllen wir hier unten Seht ihr das? Michi ist Grundplatte Das ist einfach komplett locker Deswegen regeln wir den Motor Ja Nur deshalb wird Motor regeneriert Jetzt brauchen wir die Kette runter 24er Schlüssel 24er Löse 24er Löse Michi setzt sich mal das Hinterrad Oder das Mobiler Ich mein Einfach das Hinterrad blockiert So Dann sind wir eigentlich schon fertig auf der Seite Zündung trennen wir am Herzkasten ab Um diese Entzündung zu trennen Sucht ihr euch hier diesen Viereckchen Stecker Und zieht da mal wie ein Mann dran Ach Wie ein Richtermann Ja Michi Michi Was machst du denn? Ich bin wirklich sehr groß dran Machst du denn? Ich bin wirklich sehr groß dran Mach mal rein Draußen Mach mal rein Ja Hast du? Ja Ich bin früher Die Schrauben sind ja so festgegammelt Warum? Warum kann ich auch nicht gegenhalten Kann mich dieses Kontro an Gruppe setzen Ja Edelsteiße Ja Weil Fynn ist bestimmt richtig warm oder? Ja Jetzt müssen wir hier seine komischen Motorpolzen rauskennen Ja Ja Und die sich nicht mehr bewegen freiwillig Michi hat mal oben den Motorpolzen Äh vorne Michi hattest du nicht auch mal so einen externen Bremskontakt? Ja Wo ist denn der hin? Ja Nein Zündung muss nicht die Leute jetzt Trüge überhaupt nicht Da geht noch gar nicht los Er macht ja ja nichts Der ist so keine Das ist aber zu warm Um dort zu schwitzen Ja, nah, nah Dann haben wir den Bremspel mal Lukas, zieh mal den An dem Motorhof, August Ich zieh dann auch die Brücke Michi, ich brauche noch ein bisschen wackeln jetzt Ja Der Obo ist raus Zieh mal unten Und Fynn halt mal den Motorpol fest Ach, das schafft der So So, jetzt sehen wir den Motor aus. Kannst du das, Michi? Das ist da runter. Hast du das gefilmt, schöne Frau?